Ende gut, alles gut? Friede, Freude, Eierkuchen oder doch lieber nicht? In meinem heutigen Schreibespresso geht es um die Magie des Unvorhersehbaren oder die Frage, brauchen Romane unbedingt ein Happy End? Hallo, schön, dass du da bist. Ich bin Christine, Coach bei der Romanschule und freie Lektorin. Unseren Schreibespresso gibt es einmal pro Woche. Darin greifen wir aktuelle Fragen und Themen aus unserer Facebook-Gruppe oder unseren Coachings auf, die dir bei deinem Romanprojekt weiterhelfen können. Brauchen Romane ein Happy End? Ach nö, denkst du vielleicht, das ist doch langweilig oder das ist doch nur was für Romantiker. Aber Happy End ist nicht gleich Happy End. Es muss nicht immer sein, dass die Hauptfiguren sich weinend und glücklich in den Armen liegen und gemeinsam in den Sonnenuntergang reiten. Da gibt es ganz unterschiedliche Varianten, die je nach Genre, Thema und Stil deiner Geschichte variieren können. Natürlich ist dabei auch viel Subjektives, denn etliches ist einfach auch Geschmackssache. Ich möchte dir ein paar Arten von Happy Ends vorstellen, die du beim Schreiben deines Romans in Betracht ziehen kannst. Da ist einmal die wahrscheinlich klassische Form des Happy Ends, bei dem alle losen Enden der Geschichte zusammengebunden werden und die Hauptcharaktere ihre Ziele erreichen. Dieses Ende lässt Leser mit einem warmen, positiven Gefühl zurück. Ein Beispiel dafür ist das Ende von Harry Potter und die Heiligtümer des Todes. Die Protagonisten besiegen Voldemort und finden Frieden. Andere Beispiele dafür sind natürlich Liebesromane, in der die Liebenden nach einer Fülle von Hindernissen am Ende endlich zusammenfinden. Bei Geschichten mit einem Helden wünschen wir uns natürlich auf jeden Fall ein gutes Ende. Ein weiteres bekanntes Beispiel ist auch Jane Austens Stolz und Vorurteil. Die Liebe zwischen Elizabeth Bennet und Mr. Darcy überwindet zahlreiche Hindernisse und mündet schließlich in einem erfüllenden Abschluss, der die Leser mit einem wohltuenden Gefühl zurücklässt. Es geht aber auch noch ein bisschen krasser. Das Hollywood-Happy End zum Beispiel, wie in Pretty Woman. Da erreichen die Figuren nicht nur auf perfekte Weise ihre Ziele, sie finden auch noch ihre wahre Liebe und reiten, in diesem Fall fahren. Vivian, die ehemalige Prostituierte und Edward, der geläuterte Geschäftsmann, mit der weißen Limousine in der Schlussszene gemeinsam in ein neues Leben. Hier werden Märchen wahr, sagt deshalb auch noch jemand kurz vor dem Abspann. Im sogenannten Hollywood-Happy End schwingt also auch gern etwas Märchenhaftes mit. Das deutsche Happy End dagegen ist etwas abgeschwächter und etwas realistischer. Da finden die Figuren auch ein Happy End, aber es ist mehr die Aussicht auf eine glückliche Zukunft, die inneren Frieden bringt. In diese Richtung gehen auch die etwas ambivalenten Happy Ends. Dort werden einige Konflikte gelöst, während andere ungelöst bleiben. Das kann auch eine gewisse Zufriedenheit vermitteln für den Leser, lässt aber auch Raum für Interpretationen und Fragen. Der große Gatsby zum Beispiel von Fitzgerald, der endet so ambivalent, indem Gatsby stirbt, aber seine Träume lebendig bleiben. Je nach Genre finden sich stärkere oder etwas realistischere gute Ausgänge einer Geschichte. In bestimmten Genres erwarten Leser natürlich auch das eine oder das andere. Eher ein Happy End oder vielleicht auch mal was Offeneres. Zum Happy End gehören natürlich der Liebesroman, aber auch Krimi und Thriller, in dem wir gerne sehen, wie das Böse am Ende besiegt. Das gleiche gilt auch für den Fantasy-Bereich. Da ist ja immer ein Held auch unterwegs und wir finden es natürlich toll mitzuerleben, wie dieser Held am Ende das Böse besiegt und durch ihn das Gute die Oberhand behält. Ja, viele Leser lieben also Happy Endings. Doch warum ist das eigentlich so? Einige Sachen liegen auf der Hand. Ein Happy End kann Trost und Hoffnung bieten. Es kann zeigen, dass selbst in den schwierigsten Zeiten das Gute über das Schlechte triumphieren kann. Das kann besonders ermutigend sein und ein Gefühl der Zuversicht für das eigene Leben vermitteln. Vielleicht kennst du das auch. Im Alltag passieren ja genug Katastrophen oder Dinge, die halt nicht so gut ausgehen. Da kann es sehr wohltuend sein, wenn wir wenigstens das Buch haben, das wir gerade lesen, das gut endet. Romane dienen ja oft als Flucht aus dem Alltag. Ein Happy End bietet also die Möglichkeit, sich in eine Welt zu vertiefen, in der Probleme auch mal gelöst werden und die Dinge eben ein gutes Ende finden. Diese Flucht empfinden viele als tröstlich und auch erholsam. Ein Happy End ermöglicht es außerdem, die emotionale Reise der Charaktere mit abzuschließen. Es lässt die Leser mit einem Gefühl der Erfüllung zurück. Dieses positive Gefühl der Zufriedenheit belohnt dann sozusagen dafür, dass man die Geschichte gelesen hat. Das hast du bestimmt beim Lesen auch schon selber erlebt. Du entwickelst eine emotionale Bindung zu den Charakteren und du wünschst natürlich nur das Beste für sie. Ein Happy End erfüllt dann deinen Wunsch und bietet dir Genugtuung, dass die Charaktere, die du liebst, glücklich werden. Während dich die Konflikte und die Spannungen einer Geschichte fesseln, sehnst du dich am Ende oft nach einer Auflösung. Und ein Happy End bringt genau diese Auflösung und befreit von der Spannung. Es schließt Handlungsstränge ab, es bietet einen klaren Abschluss für die Geschichte. Und Leser können sich mit dem Gefühl verabschieden, dass die Reise ihrer Charaktere abgeschlossen ist und die Geschichte auserzählt wurde. Dadurch behalten sie deine Geschichte lange in Erinnerung. Braucht dein Roman also unbedingt ein Happy End, fragst du dich jetzt vielleicht? Nein. Du kannst deine Geschichte auch mit einem offeneren oder auch offenen Ende gestalten. Das ist beim Schreiben aber durchaus anspruchsvoll, vor allem, wenn du gerade dein erstes Buch schreibst. Offenere oder ganz offene Enden finden wir in bestimmten Genres, wie in Dystopien oder auch in Dramen. Da findet sich das häufiger. Es gibt auch viele Krimileser, die etwas offenere Enden mögen. Viele Bücher funktionieren aber gerade deshalb so gut, weil sie eben kein klassisches Happy End haben. Zum Beispiel Ein ganzes halbes Jahr von Giorgio Moyes. Mehr verrate ich an dieser Stelle nicht, für alle, die es noch lesen wollen. Oder ein weiteres Buch, auch ohne klassisches Happy End, Das Schicksal ist an dieser Verräter. Mit einem offeneren Ende kannst du also Raum für Interpretationen schaffen. Du kannst deine Leser anregen, über deine Geschichte und einen möglichen Ausgang nachzudenken. Ein offenes Ende schließt nicht alle Handlungsstränge ab und kann verschiedene Möglichkeiten für die Zukunft der Charaktere eröffnen. Inception von Christopher Nolan zum Beispiel, er hat so ein offenes Ende, das die Leser über die Realität der finalen Szene nachdenken lässt. Ein weiteres schönes Beispiel, finde ich, für ein offenes Ende ist Margaret Atwoods Der Report der Markt. In der abschließenden Szene verbleibt die Hauptfigur Offred in einer unsicheren Situation. Das lässt die Leser mit Ungewissheit zurück. Es fördert aber auch hier die Überlegung darüber, wie es wohl weitergehen kann. Ein offenes Ende kann auch die Komplexität von Moral und Realität widerspiegeln. Schau dir zum Beispiel George Orwells 1984 an. Das düstere und hoffnungsvolle Ende unterstreicht hier die Bedeutung der Geschichte. Es animiert die Leser dazu, über totalitäre Systeme nachzudenken. Die Frage, ob dein Roman ein Happy End haben sollte oder nicht, ist eine grundlegende Überlegung, mit der du dich als Autor auseinandersetzen kannst. Wie du dich entscheidest, ist natürlich ein bisschen auch Geschmackssache und hängt auch vom Genre und der Art deiner Geschichte ab. Es hat aber auch viel mit deinen Charakteren und der Botschaft zu tun, die du vermitteln möchtest. Um herauszufinden, was am besten für deine Geschichte passt, kannst du beim Schreiben durchaus mal mit verschiedenen Enden experimentieren. Und dann wählst du das aus, was am besten zur Essenz von deinem Roman passt. Und das, was am besten auch der inneren Wahrheit deiner Geschichte entspricht. Denn die Entscheidung für ein bestimmtes Ende verstärkt deine Geschichte. Sei also ruhig mutig in der Wahl und verlei deinem Werk eine unverwechselbare Identität. Denke immer daran, dass die Stärke deiner Geschichte darin liegt, dass sie authentisch ist. Sei es durch ein Happy End oder durch ein offeneres Ende oder durch die Kombination aus beidem. Das Ziel ist immer, deine Leser zu berühren und deine Geschichte unvergesslich zu machen. Welches Ende hast du für deinen Roman geplant und warum? Schreib mir gerne in die Kommentare. Ich freue mich über deine Nachricht. Ich danke dir sehr fürs Zusehen. Nächste Woche wartet hier wieder ein Schreibespresso auf dich und wir freuen uns, wenn du dabei bist. Komm doch auch gerne in unsere Facebook-Gruppe. Dort besprechen wir immer wieder Themen und Fragen rund um das Romanschreiben. Noch mehr spannende Tipps zum Thema Romane schreiben findest du auf unserem Kanal Die Romanschule. Abonniere uns gerne mit der Glocke, damit du immer auf dem neuesten Stand bist und nichts verpasst. Oder besuche uns doch mal auf unserer Website www.romanschule.de www.romanschule.de